. 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 Nein? Der Achtziger. Frau Stockl. Ich hätte hier noch einen Catering-Vorschlag von der Firma Reichl. Ja, links muss doch Pitschen da her. Das hier müsste dringend Perkurier nach München. Ach, was anderes. Ich habe vorhin den Herrn Stadler getroffen. Der hatte noch gar keine Unterkunft. Und das ausgerechnet, wo Software-Messe ist. Auch dafür werden wir eine Lösung finden, Frau Ortmann. Nicht, dass der gute Mann am Ende noch unter einer Brücke schlafen muss. Ach, meine Dame, weil ich es gerade sehe, ich habe hier noch eine selbstgemachte Quinten-Marmelade hat mir der Herr Stadler geschenkt. Nur ich mache mir so gar nichts aus Süß. Danke, ich habe schon so ein Glas. Verstehe. Und Sie, Frau Ortmann? Äh, danke schön. Doch, 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 ich mache mir wirklich nichts draus. Nehmen Sie es zurück. Danke. Geist du Tag nicht. Ja. Du gehst heute schon gerne über die Brücke. Ich mache dir die Brücke. Ich mache dir einen schönen Tag bei einer Brücke. Du guckst das Economist hat. Du guckst das Mittel, Du guckst da ich nicht, Ja. Du guckst das Team. Untertitelung des ZDF, 2020